Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Real Talk. Heute geht es darum, dass wir darüber reden wollen, welche wichtigen Erkenntnisse wir im Laufe unseres Lebens, in den letzten Jahren für uns gewonnen haben und welche Rückschlüsse wir aus diesen Erkenntnissen ziehen. Möchtest du starten oder was sind deine Erkenntnisse? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es sind so viele Erkenntnisse. Wenn du zurückschaust in den letzten 10 Jahren, in den letzten 20 Jahren, da gibt es so viele verschiedene tolle Erkenntnisse. Die ich jetzt gemacht habe und ich bin mir sicher, die Leute, die hier zuschauen, auch, wenn du ein bisschen schaust. Was ich einfach immer interessant finde, ist, dass eine komplette Weltsicht sich, wenn wir uns entwickeln, verändern kann. Das heißt, wenn ich jetzt zurückschaue, ich bin jetzt 37 Jahre, und ich schaue auf den 17-jährigen Patrick Kreiser oder den 27-jährigen Patrick Kreiser, dann sehe ich da zwei gleiche Menschen in dem Sinn, weil, das ist immer noch der Patrick Kreiser, aber doch unterschiedliche Menschen, die die Welt einfach komplett anders wahrnehmen. Das heißt, andere Glaubenssätze über sich und die Welt haben und dadurch natürlich auch eine andere Wahrnehmung entsteht. Und meine größte Erkenntnis, wenn ich es jetzt zusammenfassen müsste, weil das so viele verschiedene Erkenntnisse es gab, war einfach, dass, so wie wir die Welt wahrnehmen, dass das sich komplett verändern kann. Und dass unser Wahrnehmungshorizont auch immer weiter erweitert werden kann, wenn wir natürlich auch etwas dafür tun. Das heißt, ich bringe mir gerne dieses Beispiel, wenn ich den 17-jährigen und den 27-jährigen Patrick sehe und stelle euch vor, alle diese Patricks, also der von heute und die anderen beiden von der Vergangenheit, die sind im Wald und die haben eine Taschenlampe. Und jetzt leuchten die alle mit der Taschenlampe in den Wald und die wollen so viel wie möglich von diesem Wald mitkriegen. Der Wald symbolisiert die Welt, die Realität. Dann hat der Patrick, der 17 Jahre alt ist, eine Taschenlampe, die vielleicht 100 Meter in den Wald reinzündet. Der Patrick, der 27 ist, der hat eine Taschenlampe, die schon 300 Meter in den Wald reinleuchtet und dementsprechend viel mehr vom Wald mitkriegt und Dinge sieht, die er vorher gar nicht sehen konnte. Der heutige Patrick, der hat eine Taschenlampe, die vielleicht, sagen wir, 700 Meter in den Wald reinleuchtet und Dinge sieht, die die anderen Versionen von mir aus der Vergangenheit niemals sehen konnten. Warum? Weil der geistige Bewusstseinshorizont sich erweitert hat. Und das finde ich einfach extrem spannend, weil, wenn ich jetzt weit in die Zukunft denke, wie weit in den Wald zieht denn der Patrick in 10 Jahren, der Patrick in 20 Jahren, der 47, 57, 67-jährige Patrick, wenn ich denn so alt werde? Und ich da einfach Schichten in mir entdeckt habe, von Realitäten entdeckt habe, die mein Leben wirklich nachhaltig verändert haben, die das Leben nochmal intensiver gemacht haben, die farbenfarbige, die Klänge runder, die Geschmäcker nochmal intensiver. Und einfach zu sehen, dass das möglich ist und dann auch zu sehen, wie sich einzelne Menschen logischerweise durch verschiedene Entwicklungsstufen sich entwickeln und ganze Gesellschaften und Kulturen und die Menschheit sich weiterentwickelt. So, wenn ich zurückschaue, 13,7 Milliarden Jahre Evolution und dann schaue ich in die Zukunft, was passieren könnte. So, all das, das finde ich einfach eine krasse Erkenntnis, die da in mir stattgefunden hat und die einfach eine komplett neue Sichtweise auf mich, auf die Menschen, auf das Universum, auf die Realität, auf alles gegeben haben. Und damit sich auch meine Wahrnehmung, mein Leben verändert hat. Okay, ich würde jetzt meine Erkenntnisse ein bisschen mehr auf meine Erfahrung im Leben, die ich so für mich gemacht habe, beziehen. Klar haben sich natürlich auch meine Sichtweisen geändert, aber auch das ganze Drumherum, das hast du ja auch schon gesagt, also die Entwicklung im Außen, es hat sich sehr, sehr viel verändert in den letzten Jahren vor allen Dingen, finde ich, also rein für mich, aus meiner Sicht. Natürlich hat sich auch früher schon viel verändert, wenn ich sehe, zum Beispiel, die Mauer ist gefallen, ich bin aus der DDR, dann irgendwie, es gab keine DDR mehr, das sind natürlich auch so innenpolitische Veränderungen, die stattgefunden haben und die auch einen Einfluss auf mich hatten und auch bestimmte Erkenntnisse mit sich gebracht haben. Aber wenn ich jetzt mal die ganze Welt anschaue und es wird ja auch alles immer mehr globaler, muss ich sagen, dass zum Beispiel in den letzten Jahren, vor allen Dingen nach dieser ganzen Corona-Zeit, für viele sich geändert hat, die Sichtweise darauf, gibt es wirklich eine Sicherheit, ja, gibt es wirklich Sicherheit da draußen im Außen und ich glaube, viele sind jetzt zu der Erkenntnis gekommen, nicht nur ich und vielleicht auch du, dass es keine Sicherheit gibt, außer bei uns innen drin. Also das heißt, man hat früher gedacht, okay, ich sage jetzt mal so ganz profane Beispiele, ich zahle jetzt da in meiner Rentenkasse ein, ja, oder und in dieser Rentenkasse liegt da mein Geld und es ist ganz sicher, dass ich dann später im Alter die Summe XY bekomme. Wenn wir jetzt aber wirklich mal in der Tiefe darüber nachdenken, kann es tatsächlich sein, je nachdem, wie sich jetzt auch die ganze Situation weiterentwickelt, dass das gar nicht mehr sicher ist, dass die nächste Generation wirklich irgendwie mal eine Rente bekommt, ja, dass das sowas gibt. Es kann sogar sein, dass diese Renten abgeschafft werden. Es sind so Sachen, die man so praktisch auch von seinen Eltern schon mitbekommen hat, die man so im Außen gesehen hat. Es hat sich sehr, 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 sehr viel gewandelt und man muss im Prinzip anfangen, wirklich mehr auf sich innen drin zu schauen, dass man sich da gut und sicher fühlt und nicht hinschauen, dass sich das ein oder andere jetzt verändert, wo man wirklich so drauf gebaut hat, mein Job, der ist ganz sicher. Nein, mit der Zeit jetzt, wo ja immer mehr auf Technik gesetzt wird, wo es immer mehr Roboter gibt, ist vielleicht gar nicht mehr der Job ganz sicher. Ja, es gibt halt wirklich sehr, sehr viel umzudenken und sehr, sehr viele Punkte, wo wir lernen müssen, das ist meine Erkenntnis, dass wir praktisch viel globaler denken müssen, viel mehr auch im Außen schauen müssen, wie entwickelt sich alles und nicht mehr nur so vor der eigenen Haustür, ja, das ist jetzt mein Bankkonto, das ist ganz sicher. Ja, wir brauchen nur daran denken, ich glaube, in Finnland war das damals, wo die Bank auf einmal gecrasht ist, oder? Und die Leute standen am Automaten und konnten kein Geld mehr holen. Ja, und die haben auch gedacht, mein Geld ist auf dem Konto sicher. Und diese Erkenntnisse, die man da so mitbekommt, zeigen eigentlich, man muss wirklich anfangen, umzudenken, offener zu sein und auch vielleicht viel, viel mehr sich vernetzen mit anderen Menschen, um dadurch, auch weltweit vielleicht, um dadurch auch wirklich zu sehen, ja, wie entwickelt sich das Ganze auch im Außen, um dann wirklich entsprechend reagieren zu können. und das gibt dann vielleicht auch, außer der inneren Sicherheit, dass man sich innen drin auch gestärkt fühlt, wieder ein bisschen mehr Sicherheit, weil man dann weiß, okay, man wird nicht auf einmal so überrascht. Wie siehst du das? Das ist eine tolle und wichtige Erkenntnis. Das Einzige, was sicher ist, ist, dass gar nichts sicher ist. Das Einzige Beständige ist das Unbeständige, weil wir logischerweise auch in einem Universum leben, wo alles kommt und alles geht. Man muss nur die Geschichte der Menschheit schauen. Natürlich, dein Bankkonto ist nicht sicher, das politische System, in dem wir leben, ist nicht sicher. Wir können aus dem Kapitalismus plötzlich in ein neues System hineinfallen. Wir können aus einer Demokratie plötzlich in eine Autokratie fallen oder lass uns sagen, wir können von einer Demokratie plötzlich in eine Autokratie aufwachen. Alles ist unbeständig, der Job ist nicht sicher, alles im Außen kommt und geht und verändert sich und deshalb ist es auch sehr wichtig, dass du den Teil in dir findest, der sich nicht verändert, weil es gibt etwas von dir, etwas, was tiefer liegt, ein tieferer Teil deiner Wirklichkeit, von unserer Wirklichkeit, der sich nicht verändert, weil auch Körper verändert sich, der Geist verändert sich, deine Persönlichkeitsstruktur verändert sich, deine Gefühle kommen und gehen, aber es gibt etwas in dir, was das alles beim Kommen und beim Gehen und bei der Veränderung beobachten kann, was selbst sich aber nie verändert und das ist dein Bewusstsein. Und wenn wir da einen bewussten Zugang dazu haben, weil der Zugang ist ja schon da, aber ist überdeckt von allen anderen Dingen im Leben, weil wir nie gelernt haben, dahin zu schauen, dann findest du einen Teil von dir, der sich nie verändert und dort, aus meiner Perspektive, holst du dann auch die wahre, wahre Sicherheit heraus, auch die Sicherheit, oder letztendlich, das nimmt dir auch die Angst, dann auch vor dem Tod, weil du halt mit einem Teil von dir selbst berührt bist oder berührt hast, der außerhalb von Raum und Zeit ist und deshalb auch unsterblich und ungeboren, ungeboren und unsterblich. Und das kann man dann auch trainieren. Muss man natürlich auch sagen, dass so die letzten Jahre die Leute auch nicht unbedingt gezwungen waren, da näher hinzuschauen. Ich denke, dass jetzt eben die Jahre kommen, wo die Leute immer wacher werden und immer mehr merken, okay, ich muss mich jetzt auch wirklich mal mit solchen Sachen beschäftigen, weil es wirklich große Veränderungen geben kann, die das nötig machen. Ja, weitere Erkenntnis, wenn wir so darüber sprechen, war für mich nochmal ganz klar zu sehen, in welchen korrupten Systemen wir leben. Weil ich dachte immer, wir sind in der Schweiz, Deutschland, ja, und da ist alles super. Weil wir waren auch schon in Afrika, in Südamerika, in anderen Ländern, im Osten, in asiatischen Ländern und dort ist natürlich Korruption viel weiter verbreitet, dachte ich. Aber wenn wir jetzt mal genauer hinschauen und auch durch mein Netzwerk, das auch wieder vernetzt ist, in bestimmte Felder, wo ich einfach für mich so ganz klar halt eindeutig sehe, okay, ja, Korruption gibt es halt leider auch noch hier und sehr tief verbreitet in den politischen Systemen, in der EU beispielsweise, oben in den Regierungen, Deutschlands, Schweiz und das muss ich sagen, das ist schon schade. Das hat das, also da, wenn wir bei der Enttäuschung sind, das hat mich so ein bisschen enttäuscht, aus dieser Illusion herausgebracht, weil das einfach, das einfach nicht, das ist nicht gut, oder wenn wir da weiter wachsen wollen als Gesellschaft, als Menschen, dann müssen wir schauen, dass wir nicht korrupt sind und das beginnt natürlich bei uns selbst, dass wir nicht korruptierbar sind, ja, dass wir wissen, wer wir sind, für was wir stehen, unsere Werte kennen und nach denen handeln, dass wir da integer sind, das heißt, wir denken, sprechen, handeln, fühlen alle in eine Richtung und dann bist du integer und dann kann dich auch niemand korruptieren. Aber wichtig ist, dass du dich selbst nicht verarscht und korruptierst und ich glaube, wenn wir weiter wachsen wollen in eine gesunde, freundliche Zukunft mit viel Frieden anstatt Krieg, dann ist es wichtig, dass wir Korruption aufdecken in unseren Systemen, dagegen vorgehen, aber gleichzeitig auch die eigene Korruption, unsere eigenen Lügen, die wir uns erzählen, unser eigenes, ich verarsche mich selbst erkennen und uns davon befreien und dann kommen wir in eine geile neue Ära. Ja, das ist noch ein sehr, sehr guter Punkt. Das kann ich dann auch so stehen lassen, denke ich so als Ende, kann sich jeder jetzt immer so seine Gedanken machen, wie er das sieht und schreibt uns doch eure Gedanken auch in die Kommentare. Wir schreiben euch natürlich und antworten euch und abonniert den Kanal und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.